So, willkommen zurück zur Kryptografie. Heute machen wir eine kleine Anwendung von den Hardcore-Bits, nämlich die asymmetrische Kryptografie. Das heißt, wir wollen tatsächlich was mit diesen Hardcore-Bits verschlüsseln. Und wie der Name Hardcore-Bit schon sagt, wir verschlüsseln nur ein einziges Bit. Das ist jetzt nicht so spannend, aber es ist eine kleine Anwendung von diesen Hardcore-Bits. Wir werden danach noch mehr sehen, zum Beispiel Commitment-Schemes, also Commitment-Schemas oder Schemata eigentlich. Und ja, dann am Ende endlich mal diese Zero-Knowledge-Dinger, die ich euch schon vorgestellt habe. Okay, jetzt machen wir aber erstmal diese kleine Anwendung hier. Und zwar wollen wir aus einem Hardcore-Bit und einer Trapdoor One-Way Permutation, kurz Trapdoor-OVP, oder zu deutsch auch eine Einweg-Permutation mit Trapdoor. Mit den beiden Dingen wollen wir jetzt asymmetrische Kryptografie machen. Das heißt, das hier kürzt man oftmals ab mit Trapdoor, T-D-OVP, One-Way Permutation, aber mache ich jetzt mal nicht. Und wir haben noch ein Hardcore-Bit. Das Ding nenne ich jetzt hier mal F und unser Hardcore-Bit nenne ich B-H-C-B-B. Okay, was ist eine Einweg-Permutation mit Trapdoor? Was soll das sein, zur Hölle? Ja, ihr habt wahrscheinlich schon mehr als ein Video bei mir gesehen, was Kryptografie angeht. Einweg-Permutation sind injektive Einweg-Funktionen. Das bedeutet im Endeffekt folgendes, wenn meine Einweg-Funktion von allen Bits, also 0,1 hoch n, Wir haben eine Einweg-Funktion, die einfach irgendeinen n-Bit-String nimmt, also irgendwelche Bits, die n mal hintereinander kommen, irgendwelche n-Bit-Strings halt einfach. Genau, und die bildet unsere Einweg-Funktion auf, keine Ahnung, zum Beispiel 0 ab. Einfach nur 0, alles auf 0. Dann ist es von mir aus eine Einweg-Funktion, denn wir können ja dieses 0 nicht wieder zurückrechnen, denn ich meine alle, also wenn ich halt hier n 1 habe, dann kommt eine 0 raus am Ende und wenn ich n 0 habe, kommt auch eine 0 raus. Da kann ich nichts zurückrechnen. Das ist dann eine Einweg-Funktion, wenn man es genau nimmt, weil wir ja hier offensichtlich nichts zurückrechnen können, aber sofort was berechnen können. Okay, das ist aber alles andere als injektiv. Das bedeutet, wir treffen hier hinten am Ende nur einen einzigen Wert. Wenn wir eine injektive Funktion haben, dann bedeutet das, dass wir hier 0,1 hoch n auch am Ende haben. Und was wir hier tatsächlich bekommen ist, na, nicht groß schreiben. So, was wir hier am Ende bekommen, ist, jeder Wert kann als Ergebnis rauskommen und jeder Wert ist auch gleich wahrscheinlich. Das ist dann eine Einweg-Permutation, okay? Das ist eine Einweg-Permutation, ist nichts Besonderes. Habt ihr im Prinzip schon eine Milliarde mal gesehen, nämlich zum Beispiel, keine Ahnung, RSA m hoch e, wobei e nach RSA gezogen, m einfach die Nachricht. Da kann alles rauskommen. Wir rechnen nämlich hier Modulo N. Das bedeutet, wir können hier tatsächlich jeden Wert innerhalb der Zahlen von 0 bis n-1 rausbekommen, wenn wir m hoch e Modulo N rechnen. Da kann alles bei rauskommen, das heißt, es ist eine Einweg-Permutation. So, und wenn wir jetzt hier eine Trapdoor-One-Way-Permutation haben, also eine Einweg-Permutation mit Trapdoor, dann haben wir hier auch noch einen Secret Key D, sodass wir von diesem Ergebnis, das ja offensichtlich hier nicht leicht invertierbar ist, also es ist ja offensichtlich die RSA-Nahme, dass man das nicht leicht wieder umkehren kann, sprich aus m hoch e wieder c zurückrechnen kann, aber mit der Trapdoor-D, wobei D das Inverse von e ist, wenn ihr jetzt gerade nicht folgen könnt, dann bitte ich euch darum, euch die Videos zu RSA anzugucken. Das ist aber hier jetzt nur ein Beispiel für eine Einweg-Permutation. Das ist wirklich nur ein Beispiel. Modulo, jetzt habe ich kein Phi, deswegen schreibe ich jetzt einfach mal Phi von n. Okay, ja, also D ist das Inverse von e, Modulo Phi von n, dann ist offensichtlich hier m hoch e mal d ist dasselbe wie m und das bedeutet, ich kann aus m hoch e mit der Kenntnis von d sehr, sehr schnell wieder m zurückrechnen, sprich ich kann diese Funktion invertieren, diese Einweg-Permutation kann ich invertieren, aber nur, wenn ich die Trapdoor-D kenne. Normalerweise kürzen wir sie mit T ab, in dem Fall ist es das RSA-D, was ihr wahrscheinlich schon kennt und deswegen ist das alles kein Problem für mich. So, also das ist eine Einweg-Permutation, Einweg-Permutation, da schreibe ich das F mal lieber nach da und die Trapdoor werden wir weiterhin einfach mit T bezeichnen. Trapdoors kennt ihr aus verschiedenen Bereichen, hauptsächlich von Chameleon, Hash-Funktion, ähm, in dem Fall ist es tatsächlich, wir kennen eigentlich schon viele Einweg-Permutationen mit Trapdoor, wir haben sie nur nie als solche betitelt. So, und mit diesen zwei Dingen hier können wir jetzt, vor allem mit diesem Hardcore mit B am Ende, können wir jetzt hier tatsächlich int-CPA-sichere Verschlüsselung machen. Ähm, ja, warum können wir int-CPA-sichere Verschlüsselung machen? Weil wir geil sind. Und ihr wisst wahrscheinlich, dass RSA nicht int-CPA, also RSA-Verschlüsselung ist nicht int-CPA-sichere, denn, ja, wir können es ja im int-CPA-Spiel unterscheiden. Das heißt, wir müssen jetzt hier tatsächlich offensichtlich noch was Neues machen. Was wir jetzt aber hier als erstes mal machen, ist, wir schreiben uns wieder mal ganz normal unsere Algorithmen hin, ähm, den GAN-Algorithmus, der liefert mir einen Public Key und einen Secret Key aus meiner, äh, Trapdoor hier. Hier, also der Public Key ist die Funktion F, zum Beispiel, und der Secret Key ist meine Trapdoor T. Ja, ziemlich easy, oder? Gut, und jetzt kann ich mit diesem Public Key und mit diesem Secret Key tatsächlich Krypto machen, nämlich richtig coole. Wir verschlüsseln, indem wir sagen, Public Key und Nachricht kommt da rein. Das ist jetzt wie bei der asymmetrischen Kryptografie. Wir verschlüsseln was mit dem Public Key, sprich, jeder darf verschlüsseln, aber wir schicken es nur an, an einen Sender und nur dieser Sender, nämlich der mit Kenntnis der Trapdoor, der kann entschlüsseln. Okay, also, wir ziehen hier als erstes mal ein zufälliges X aus dem Definitionsbereich, und jetzt muss ich hier noch ein bisschen was ergänzen, die geht von D auf W, also von Definitionsbereich D auf Wertebereich W. Okay, das bedeutet, X aus D bedeutet einfach, dieses X darf man in die Funktion F einsetzen. Zum Beispiel darf ich, wenn ihr jetzt an RSA denkt, darf ich nichts in meine Funktion einsetzen, was größer ist als M, äh, als Groß N. Das ist zum Beispiel dann nicht in dem D drin, aber ich darf zum Beispiel alles, was zwischen 0 oder was Negatives, darf ich auch nicht einsetzen. Ich darf alles zwischen 0 und N-1 einsetzen, und sprich, D wäre hier 0 bis N-1. Okay, und jetzt mache ich einfach Folgendes, ich wähle mein R, so, ähm, ich wähle mein R so, dass M gleich B von X, R. Das ist jetzt, ähm, relativ allgemein gehalten, das kann man teilweise effizienter darstellen, man kann es auch einfach berechnen, hier, wir kennen ja im Prinzip alle Variablen, und die hier dürfen wir freisetzen. Das heißt, wir können hier im Prinzip was Effizienteres machen als Brute Force, ähm, genau. Und M ist ja meine Nachricht, die ich ja machen möchte, B ist mein Hardcore Bit, und X habe ich ja hier gegeben. So, was ich jetzt mache, ist Folgendes. Ich schiffriere das Ganze, und zwar stecke ich hier einfach in meine, also das Schiffrat besteht aus zwei Teilen, nämlich einfach F von dem Public Key, äh, Quatsch, F ist der Public Key, also im Prinzip stecke ich das Ganze hier in mein Public Key rein, aber ich betitle es jetzt einfach mal als F, weil wir wissen, dass es eine Funktion ist. Da stecke ich X rein, ups, sorry, da stecke ich X rein, und hintendran stecke ich R auch noch mit ins Schiffrat. Das ist jetzt mein Schiffrat C, und das R, wie ihr seht, das ist komplett einfach, ja, öffentlich verfügbar, und dann habe ich hier einfach noch mein F von X stehen. So, und jetzt kann ich das Ganze wieder dechiffrieren, mit meinem Sequel Key, was ja offensichtlich meine Trapdoor ist, und mit meinem Schiffrat, was aus zwei Teilen besteht. Und zwar, wenn ich hier jetzt das Ganze dechiffrieren möchte, dann muss ich einfach nur diese Funktion hier invertieren. Und das heißt, ich habe hier sozusagen mein F hoch minus 1, was nicht bedeutet, dass ich es dann nach 1 durch das rechne, sondern ich invertiere tatsächlich die Funktion, also ich rechne rückwärts jetzt. F hoch minus 1, da brauche ich logischerweise den Sequel Key, sprich meine Trapdoor drin, sonst kann ich das nicht machen, ohne Trapdoor geht das nicht, das ist ja gerade der Witz an der Sache. Und ich stecke mein Schiffrat 1 rein, also den ersten Teil, nehme ich hier diesen Wert F von X. So, das ist quasi, ja, der Vorgang. Und was ich dann hier rausbekomme, ist mein X. X war aber zufällig gewählt, das will ich ja nicht machen. So, das heißt, ich habe hier mein X. Und was ich jetzt machen kann, ist folgendes, ich kann einfach B von X, R berechnen. Und dann sehen wir, dass wir hier M zurückbekommen. Achtung, M ist nur 1 Bit, deswegen kann ich das mit einem Hardcore-Bit machen. Wenn wir jetzt hier Nachrichten haben, die länger sind als 1 Bit, dann habe ich hier Probleme, weil ja mein Hardcore-Bit immer nur 1 Bit berechnet wird. Aber hier habe ich sozusagen 1 Bit versteckt in meinem Schiffrat drin mit einer One-Way-Permutation. So, der Witz ist jetzt dabei, dass das Ganze ja auch für RSA theoretisch funktionieren würde. Und wie ihr wisst, ist RSA nicht in CPA sicher. Naja, der Trick ist dabei, dass wir hier nicht die Nachricht verschlüsseln mit M hoch E zum Beispiel, sondern wir ziehen ein zufälliges X und verschlüsseln sozusagen das hier. Und dann stecken wir einfach noch den Random-Wert rein, damit wir die Nachricht wieder zurückberechnen können. Und dieses zufällige X, darauf hat der Angreifer ja keinen Einfluss, wenn ihr euch an das Spiel von RSA erinnert, war der Trick ja, dass der Angreifer einmal Nachricht 0 verschlüsseln lässt, Nachricht 1 verschlüsseln lässt, und sich selber sozusagen genau das identische Schiffrat ziehen kann, weil die ganze Verschlüsselung ja deterministisch war bei RSA, bei Textbook RSA. In dem Fall ziehen wir uns hier aber ein zufälliges X. Und das macht das Ganze nicht mehr deterministisch, sprich, es ist in CPA sicher. Ihr könnt gerne den Beweis als Übung durchführen. Ich glaube, wir haben mittlerweile genug von diesen Reduktionsbeweisen gesehen. Die sind ziemlich eigentlich gleich. Aber der hier, den finde ich wirklich eine super Übung für euch. Ich lasse euch das jetzt einfach mal selber machen. Okay, das war es von meiner Seite. So kann man tatsächlich ein einziges Bit, ich weiß, ein Bit ist nicht viel, aber besser als gar nichts. Man kann ein Bit mit, selbst mit RSA zum Beispiel, in CPA sicher verschlüsseln. Super. Das wollten wir eigentlich nur erreichen. Nächstes Mal geht es dann weiter mit den Commitment-Schemas, Schemata. Und ja, wir hören uns. Bis dann. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.